Tesla veröffentlicht die Quartalszahlen und nachdem es dann einfach ein paar Punkte nicht getroffen hat, geht der Aktienkurs jetzt vorbörslich bzw. nachbörslich nach unten. Wir befinden uns jetzt vor der Börseneröffnung in den USA knapp 8% unterhalb dem, wo wir gestern vor den Quartalszahlen geschlossen haben. Und die Frage ist jetzt, bietet sich heute jetzt wieder eine Gelegenheit, um Tesla zu kaufen, vielleicht weiter aufzustocken? Oder haben wir hier größere Schwierigkeiten bei dem Konzern bei der Bewertung? Aber jetzt schauen wir uns grundsätzlich mal einfach die aktuelle Entwicklung an. Blicken wir mal hier auf die Analystenerwartungen hier bei TradingView. Dann hat Tesla jetzt sowohl im Umsatz als auch in den Earnings die Erwartungen verfehlt. Es gibt hier nochmal einen anderen Blick drauf, hier zum Beispiel von Brad Freeman. Eine Person, der man auf jeden Fall auch auf Twitter folgen kann, weil er immer hier so schöne Reviews dann auch praktisch zusammenfasst, kurz nachdem die Quartalszahlen rausgekommen sind. Wir sehen schon, ihr Umsatz wurde nicht getroffen, EBIT wurde nicht getroffen, Ergebnis unterhalb vom Ziel. Und grundsätzlich waren auch so ein paar, ich sag mal, es war ein relativ normaler Earnings Call jetzt, ich habe mir auch komplett angehört. Und Elon war jetzt eher, ich sag mal, nicht wie wir ihn schon teilweise in anderen Earnings Calls gehört haben, sondern es war ein relativ entspannter Earnings Call mit ein paar Warnhinweisen und ein paar positiven Anzeichen, aber eher so ein ausbalancierter Earnings Call. Wir können auch sehen, dass es nicht alles, nicht alles war schlecht tatsächlich jetzt bei diesen Quartalszahlen. Klar, jetzt kann man sehen, jedes Mal, wenn eine Aktie um irgendwie 8% sich bewegt, dann muss es irgendwie eine Vollkatastrophe gewesen sein. Bei Tesla ist es einfach so, dass wir hier immer größere Kursbewegungen einfach haben zu den Quartalszahlen und auch allgemein die Aktie recht volatil ist. Wir können aber auch hier sehen, dass es durchaus positive Dinge gab in dem letzten Quartal. Ein Thema ist zum Beispiel davon, dass man die Kürzungen in den Preisen, was man ja bei den Veräußerungspreisen durchgeführt hat, das heißt seine Fahrzeuge mit geringerem Wert auf den Markt gedrückt hat, dass das auch daraus kommen kann und oftmals auch gekommen ist, dass man tatsächlich Rohstoffpreise, die auch im Fallen sind, weitergegeben hat an die Kunden und dadurch seine Margen durchaus, ich sage mal, stabil halten konnte. Das heißt, diese Margen im Autobereich, diese Gross Profit Margen, die ihr hier sehen könnt, exkludiert von diesen Credits, die sind durchaus relativ gut und die konnten auch die Markterwartungen schlagen. Das heißt, die Marge ist bei Tesla weiterhin recht stabil, stabilisiert sich vielleicht auf einem Feld, das jetzt eher bezogen auf die letzten Jahre deutlich niedriger ist, aber man muss auch dazu sagen, Tesla ist natürlich auch betroffen neben Enphase von dem Zinsmarkt. Das heißt, wenn die Zinsen in den USA oder auch anderswo auf der Welt relativ hoch sind, dann ist das Interesse, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen, tendenziell geringer. Hier aber auch nochmal ein interessanter Punkt, also hier, das ist zum Beispiel ein positives Signal, die Margen konnten im Autoumfeld relativ stabil gehalten werden und jetzt habe ich gerade gesagt, ja Tesla ist abhängig von den Zinsentwicklungen, hat auch Elon selber gesagt und das kann man sich vielleicht auch selber so ein bisschen an sich selber daran orientieren. Jetzt hier vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel, was ich jetzt hatte. Ich blicke immer mal wieder ja hier auf die Seite von Tesla, auch in Deutschland, um zu gucken, wie ist die Preisentwicklung und da ist natürlich auch immer das Modell Y immer sehr interessant und hier gibt es jetzt einfach so eine Situation, wo ich sagen kann, boah, ich meine, das ist natürlich jetzt mega klasse. Wir haben jetzt aktuell so ein zeitliches Angebot, wo jetzt Tesla irgendwie querfinanziert mit irgendwelchen Bankpartnern, wo es aktuell einen 0% Zinssatz gibt. Das heißt, man kann sich aktuell ein Modell Y holen. Ich habe jetzt hier einfach mal das günstigste Modell gewählt und dann habe ich geschaut, okay, hey, was kostet, was würde mich das jetzt kosten, wenn ich jetzt, keine Sorge, ich will mir jetzt kein neues Fahrzeug zulegen, aber trotzdem, was würde mich das jetzt kosten, wenn ich jetzt so ein Normalverbraucher wäre aus dem privaten Umfeld. Ich schaue es mir jetzt mal an, ich will keine Anzahlung leisten, ich habe irgendwie 10.000 Kilometer pro Jahr, kann man ja auch 15.000 erhöhen, passiert jetzt nicht so viel und dann habe ich jetzt hier eine Laufzeit von diesem Kredit von 5 Jahren. Dann würde mich das aktuell monatlich bei einem 0% Zinssatz 400 Euro monatlicher Tilgung kosten und die letzte Rate wäre dann 20.000 Euro. Jetzt habe ich das schon mehrfach ein bisschen in Excel durchgerechnet und diese Situation, ganz ehrlich, wir sind vielleicht gar nicht mehr so weit weg, dass jetzt man von den Elektrofahrzeugen her teilweise seine Gebrauchten auf den Verschottungsplatz fahren kann und dann fährt man günstiger mit einem Elektrofahrzeug. Das resultiert zum einen daraus, dass natürlich die, auch bei uns in Deutschland, wenn man es richtig macht, zum Beispiel hier mit Tibber oder sonstigen Dingen, auch mit denen habe ich keine Kooperation, einfach nur interessant, dass man variable Tarife im Strompreis ausnutzen kann mit einem Fahrzeug. Wenn man es richtig gestaltet, dann kann man durchaus sehr günstig auch über Strom sein Fahrzeug tanken sozusagen. Und wenn man jetzt mal auch vergleicht für die kommenden Jahre, die Verbrennerfahrzeuge werden zusätzlich belastet werden durch zusätzliche Umlagen für Verbrennerfahrzeuge, so Diesel, Öl allgemein. Das soll ja weiterhin bestraft werden, politisch gesehen. Und je länger der Weg dahin geht, desto schneller wird einfach ein Neufahrzeug, ein Elektro-Neufahrzeug günstiger sein, als zum Beispiel ein Gebrauchtfahrzeug weiter im Unterhalt zu lassen. Da fallen auch Reparaturen an und Sonstiges. Bei einem Gebrauchten, was jetzt man hier zum Beispiel bei einem Neufahrzeug so noch nicht hat, außerdem haben Elektrofahrzeuge ja allgemein Wartungsvorteile zum einen und jetzt auch noch durch die Elektrifizierungsmöglichkeit, hier auch noch günstiger zu tanken sozusagen. Wir sind noch nicht ganz so weit, also im Moment lohnt es sich noch nicht, seinen alten, keine Ahnung, VW zu verschotten und sich dafür jetzt ein Model Y zu holen. Aber wir sind schon tatsächlich davon nicht mehr weit weg, vor allem wenn wir tatsächlich jetzt in den kommenden zwei Jahren vielleicht ein günstiges 25.000 Euro Fahrzeug bekommen, relativ kompakt, so ein Golf-Modell aller Art, also von der Kategorie her, dann sinkt natürlich dann auch der Zug, der Einkaufspreis, das heißt die Anschaffungskosten und auch wenn wir dann langfristig wieder auf ein Zinsniveau kommen, was jetzt Tesla nicht querfinanzieren muss, diese 0%, sondern wir tatsächlich irgendwo langfristig wieder in ein günstiges Zinsumfeld kommen, dann wird auch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen von Tesla einfach steigen, weil alleine dann schon, alleine auch schon aus ökonomischen Gesichtspunkten es schon fast keinen Sinn mehr ergeben wird, ein Verbrennerfahrzeug tatsächlich in der Garage oder vor der Garage zu haben, sei es auch ein altes Modell, wo man jetzt keine weiteren Anschaffungskosten hat, sondern nur Reparaturen und Tankkosten. Es wird in den kommenden Jahren ein Breaking Point geben, wo allein ein Neufahrzeug aus dem Elektroumfeld, wenn es sehr günstig ist, geringere Unterhaltskosten hat, als ein gebrauchtes Verbrennerfahrzeug und darin rechne ich schon beispielsweise Kredittilgung mit rein. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich definitiv auch die Aussagen von Elon Musk unterstützen und unterstreichen kann, dass wir uns in einem Umfeld bewegen, das sehr zinssensibel ist und Tesla eben auch sehr zinssensibel reagiert. Sollten wir dieses Jahr fallende Zinssätze sehen, in den USA vor allem, dann dürfte auch die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen zunehmen. So, das war jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo ich hier gesagt habe, die Margen sind relativ stabil, das ist schon mal sehr schön und was wir auch als ein sehr, sehr starkes Signal sehen, positive Signal Storage, also praktisch diese großen Container vollgepumpt mit Batterien, die eben das Stromnetz stabilisieren sollen, da ist Tesla auch in den letzten Jahren massiv in der Skalierung drin und wir sehen hier einfach einen enormen Anstieg im letzten Jahr. Das wird auch noch eine Zeit lang ein bisschen weitergehen. Irgendwann hat man auch hier seine, in der Mega-Factory dann praktisch auch seine Kapazitäten erreicht und dann wird eben das Ziel sein, vielleicht ein bisschen eine zweite oder dritte Factory in diesem Sinne zu bauen, alleine für den Storage-Bereich. Aber hier sieht man auf jeden Fall, das ist ein Markt, wo Tesla weiterhin sehr aktiv ist und maximal profitieren kann. Und das ist jetzt auch so ein Schlüssel, wo ich auch immer in den letzten Jahren auch immer gesagt habe, ich habe ja schon in Tesla investiert vor meinem YouTube-Kanal, aber ich habe jedes Mal, wenn ich ein Video auch geliefert habe zu Tesla, habe ich immer gesagt, wenn ihr Tesla einfach nur als Autoaktie oder Autounternehmen anseht, dann ist das kein Investment, dann ist diese Aktie viel zu teuer und wird das auch immer bleiben. Wir sehen aber immer wieder, dass Tesla immer in neue Bereiche vorstößt und dort eben zusätzliche solche S-Kurven, Wachstumspotenziale einfach entstehen. Und hier ist jetzt auch die Frage, wie ist jetzt die Bewertung? Und kann ich jetzt nachkaufen? Sollte ich jetzt in Tesla investieren, erstmalig oder vielleicht noch weiter investieren? Kann ich euch nicht beantworten, ich kann euch sagen, was ich mache. Und ich habe das letzte Mal Tesla gekauft, das seht ihr praktisch auch hier bei Parkett, ist ja auch immer bei mir in den Depot-Updates unten verlinkt, wo ihr alles nachvollziehen könnt. Und hier habe ich letztes Mal Tesla massiv zugekauft, als wir in diese Korrekturphase reingekommen sind. Das war Ende 2022, also praktisch hier übersetzt auf den Chart. Ich habe das letzte Mal Tesla massiv mir nachgelegt ins Depot, als es hier in diese Abwärtsphase gegangen ist. Und jetzt könnten wir eventuell wieder in so eine Situation kommen, wo es relativ schnell bergab gehen könnte. Ich sage immer, könnte. Ich kann den Aktienkurs auch nicht vorausschauen. Da stellt sich die Frage, ja JD, kaufst du jetzt hier diesen Dip nach oder diesen Crash nach? Und im Moment muss ich es euch sagen, nein, im Moment noch nicht. Ich habe mir aber eine Zielzone festgesetzt, ab der ich definitiv nachkaufen werde. Die befindet sich hier unten bei etwa 150 US-Dollar. Ich möchte das Unternehmen, ich möchte diesen Konzern, ich möchte die Aktie einfach noch mal deutlich günstiger haben. Wir haben ja hier aktuell eine Bewertung, die ist wie gesagt für ein Automobilunternehmen viel zu hoch. Ich sehe aber Tesla nicht als Automobilunternehmer, sondern als ein Automobilunternehmen aktuell mit ganz, ganz vielen weiteren S-Kurvenprodukten, die in den kommenden Jahren hier massiv weiter Wachstum zulegen könnten. Und ja, man kann jetzt sagen, ja, wo nimmst du das her? Aber man sieht zum Beispiel, wie gesagt, hier beim Storage-Detail nicht jedes Projekt gelingt, aber die Projekte, die gelingen, die weisen dann oftmals genau solche S-Kurven Wachstumspotenziale nach. Das nächste Modell, wie gesagt, dieses 25.000 Euro oder US-Dollar Fahrzeug, das dürfte dann schon sehr, sehr, sehr eng in diesen Bereich reinkommen, den ich euch hier praktisch versucht habe zu zeigen, dass es eben dann eine große Ersetzungswelle geben wird von alten Verbrennerfahrzeugen in Teilmärkten, wo man dann einfach, wenn man mal rational denkt und einfach sein Fahrzeug anschaut und was man dafür für Wartung ausgeben muss und für Reparaturen und einfach allein schon in allen Tankkosten, dann wird man irgendwann mit so einem 20.000, 25.000 Dollar oder Euro Fahrzeug zu dem Schluss kommen, dass es sich eben nicht mehr lohnt, dieses Verbrennerfahrzeug weiterzufahren. Also das nächste Wachstumspotenzial ist ganz klar ein sehr günstiges Fahrzeugmodell von Tesla. Das wird ein bisschen kannibalisieren in das Model Y. Das wird auch kannibalisieren, vor allem ins Model 3. Das heißt, diese Fahrzeuge werden leiden. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass wir zum Beispiel hier, wie jetzt viele andere vielleicht aus dem Bereich erwarten, massiv wieder in dieses Wachstum von den Gross Profits reinkommen, in den Fahrzeugbereich. Sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Ich gehe eher davon aus, dass wir in den kommenden Jahren deutlich geringere Margen sehen werden, hier im Fahrzeugbereich. Aber das durch das Volumen im Fahrzeugsegment definitiv ausgeglichen werden kann. Und dann kommen eben noch mal andere Wachstumskurven hinzu. Ich habe immer wieder diese S-Kurven euch gezeigt. Das ist zum Beispiel hier, keine Ahnung, kann man jetzt sagen, die ersten Fahrzeuge, Model Y, Model 3. Jetzt kommt dann vielleicht noch als nächstes das Model 2 hinzu, wo es auch wieder hier ein Wachstumspotenzial gibt. Und dann gibt es noch mal weitere Projekte. Also ich rede und ich habe in meinen Kalkulationen noch nicht mal so Dinge drin, wie jetzt KI oder sonstiges. Das habe ich immer versucht, als Bonus zu sehen. Aber was ich jetzt zum Beispiel bei mir ein bisschen stärker jetzt anfange, auch ein bisschen einzupreisen, ist tatsächlich Optimus. Und Optimus bereits vor dem KI-Bereich. Wieso? Wenn wir mal hier auf Optimus rüberschauen und wir kennen ja alle so ein bisschen die Tesla-Community, vor allem auch in den USA. Ich kann euch eins sagen, wenn jetzt Tesla morgen sich dazu bereit erklärt, hey, wir bringen jetzt diesen Tesla-Bot für 30.000, 40.000 US-Dollar, also zu einem ähnlichen Preis, hier zum Beispiel Model Y, auf den Markt, haben vielleicht auch ähnliche Margen, vielleicht sogar noch bessere Margen, dann wird es sehr, sehr viele Käufer geben, vor allem in den USA, obwohl man jetzt vielleicht noch denkt, okay, es gibt vielleicht noch keine Anwendungsmöglichkeiten, aber es wird so viele Käufer geben, die dann sich eben versuchen werden, diesen Tesla-Bot einfach irgendwas beizubringen. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Bereich, der jetzt vielleicht so ein bisschen auch unterschätzt wird, ja, es wird ein bisschen so träumerisch gesagt oder auf diese träumerische Sicht gezogen, ja, der Tesla-Bot und viel Träumerei und der kommt vielleicht in 10 Jahren, wenn überhaupt und das wird ja nie was und es gibt ja ganz viele andere Roboter-Unternehmen, die jetzt vielleicht Ähnliches machen, vielleicht sogar in Teilbereichen besser sind als Tesla. Was diese alle aber nicht haben, ist diese Community, die bereit ist, wie auch in den letzten Jahren, so ein Free Economic Value einfach wieder für Tesla zu schaffen. Ich habe ja vor einigen Videos, ich weiß gar nicht, wie lange es mir her ist, vor ein, zwei Jahren habe ich euch immer wieder versucht zu erklären, dass es in Teilbereichen so eine Art Free Economic Value gibt für Unternehmen, die dieses Value einfach abschöpfen können und dieses Value entsteht für Unternehmen und dann auch Aktionäre dadurch, dass sich eben eine große Gruppe an Menschen bereit erklärt, Arbeit zu leisten für ein Unternehmen freiwillig, wovon man selber erstmal gar nicht so viel hat, sondern man einfach so ein bisschen wie so einen Kultstatus hat, ich habe es vor einigen, vor zwei Jahren, glaube ich, euch ein Beispiel mit Paradox Interactive gegeben, mit diesem ganzen Mod Support, ich habe es euch damals auch bei Tesla erklärt, dass es auch damals schon diese Situation gab, dass Menschen auch so ein bisschen freiwillig Autos ausliefern oder freiwillig irgendwie im Block rumfahren und wildfremden irgendwie erklären, was ein Tesla ist, einfach weil sie davon von diesem Produkt so begeistert sind und so ähnlich wird das definitiv meiner Einschätzung nach auch beim Tesla Bot sein, das heißt, Tesla kann jetzt morgen keine Ahnung, Zehntausende von den Dingen auf den Markt werfen, das wird jetzt für den Umsatz noch nicht so viel bringen, aber man kann dann praktisch einfach einen Roboter auch verkaufen, ein bisschen Marge generieren, Umsatz definitiv generieren und dann wird diese Weiterentwicklung von dem Roboter teilweise von der Community übernommen werden, das heißt, es wird dann Personen geben, die werden nichts anderes zu tun haben als monatelang, also ein Basisteil muss es haben, der Roboter muss eben so eine Basis-KI haben, wo man ihm beispielsweise einfach Dinge beibringen kann, immer wieder zeigen kann und er muss so ein bisschen auch selbstlernend reinkommen, das muss noch nicht mega schnell sein und er kann viele Fehler machen können, es wird aber ganz viele Personen sein, die freiwillig dann anfangen, irgendwelche Apps zu entwickeln oder ihn an die Hand nehmen und ihm zeigen, wie man einkauft und ihm beibringen, was ist eine Banane und wie unterscheidet sich jetzt eine echte Banane von einer Banane, die auf dem Papier ausgedruckt ist und da werden genau für solche Dinge werden Menschen tausende an Stunden Zeit verwenden, die das Unternehmen nichts kosten, aber die Weiterentwicklung von der KI im Tesla-Bot einfach weiter voranbringen, also das hier ist meiner Ansicht nach im Moment tatsächlich eher unterschätzt, es gibt manche Bereiche, die werden jetzt vielleicht auch von einigen anderen aus der Community überschätzt, aber der Tesla-Bot ist meiner Ansicht nach definitiv, gehört er nicht dazu, zumindest aus dieser gesamtheitlichen Sicht, ja, auch da gibt es Beispielrechnungen, wo man sagen kann, keine Ahnung, Tesla wird in 20 Jahren eine Milliarde von den Robotern produzieren, kurzfristig muss man immer sagen, kurzfristig wird das länger dauern, also kurzfristig wird das eher länger dauern, bis der Tesla-Bot tatsächlich ein signifikanter Wachstumstreiber für Tesla ist, aber man darf nicht vergessen, auch im KI-Bereich ist es alles sehr kumulativ, ja, die Erfahrungen, dass man, dass ein Tesla-Bot dann praktisch beigebracht bekommen kann, kann man ganz schnell skalieren auf ganz, ganz viele andere Bereiche, das heißt, wenn wir eine Person haben, die jetzt ein Tesla-Bot beibringt, was eine Banane ist und wie sie sich von einer ausgedruckten Banane unterscheidet, das ist ja nicht nur diesem einen Tesla-Bot beigebracht, sondern kann dann skaliert werden über ganz, über die gesamte Flotte sozusagen oder die ganzen Schwarm dann am Ende, egal wie viele das sind und es reicht eine Person, die sich um ein Detail kümmert und es reicht dann im Endeffekt, Zehntausende Personen kümmern sich um unterschiedliche Details und so kann ein extrem schnelles S-Kurven-Wachstum auch hier dann erfolgen, das für den Tesla-Bot meiner Ansicht nach noch viel, viel größer ist als für den gesamten E-Fahrzeug-Bereich. Grundsätzlich muss ich jetzt aber auch hier wieder sagen, ja, auf welchen Entschluss komme ich jetzt, ist der Kauf aktuell oder ist diese Kursreaktion jetzt ein Kauf? Für mich im Moment, ich warte noch ein bisschen ab, ich will die Aktie noch ein bisschen günstiger haben, ich habe sie ja schon ein bisschen in meinem Depot aufgestockt und ich will definitiv weiter kaufen, aber grundsätzlich fängt für mich erst die Bewertung interessant an zu werden, wenn wir nochmal 20% korrigieren und deutlich stärker kaufe ich dann zu, wenn das Unternehmen etwa so um die 300 Milliarden Euro wert ist, das ist, wenn man mal hier drauf schaut, aktuell haben wir 630, das heißt der Aktienkurs müsste sich vom aktuellen Level halbieren und zufälligerweise kommen wir dann auch wieder in eine schöne Unterstützungszone und hier auch in die Phase, wo ich letztmal ich meinen letzten Kauf getätigt habe vor über einem Jahr und genau in dieser Phase würde ich das Ganze jetzt wieder nutzen und hier in dieser Strecke, falls wir hier in diesen Bereich reinkommen, meine Zukäufe wieder tätigen und meine Position weiter ausbauen. Tesla ist einfach weiterhin ein Unternehmen, wo weiterhin auch Fantasie mit drin ist, auch deutliche und massive Fantasie drin steckt, aber ich will diese Fantasien jetzt nicht komplett für diese Fantasien teilweise zahlen, wo wirklich erst irgendwie 10 Jahre Realität werden. Das heißt, ich will ein Unternehmen, das mir jetzt schon ein bisschen einen guten Preis liefert, ja für das, was ich aktuell habe, nämlich führend im Bereich Elektrofahrzeuge und ja, ich weiß, es kommt dann auch das 20.000, 25.000 Euro beziehungsweise Dollar Fahrzeug, das kalkuliere ich auch eben mit ein und ja, ich sehe auch, Storage zieht ordentlich an bei Tesla, deswegen lasse ich mir das durchaus was kosten, aber der Preis ist im Moment, wenn ich einfach nur auf diesen Bereich schaue, immer noch einen leichten Tick zu hoch. Das heißt, meine Tesla Position werde ich ausbauen, wenn wir hier in diesen Rahmen reingehen, so ab 150 US-Dollar bis runter zu 100 US-Dollar, das wird auf jeden Fall meine Kaufzone sein und wenn wir noch tiefer fallen sollten, das wäre dann vielleicht schon ein bisschen utopisch, dann würde ich nochmal weiter zulegen. Zusammengefasst kann man sagen, Tesla hat seine Quartalszahlen nicht erreich, also zumindest die Erwartungen, die man an Tesla hatte, könnte man nicht erfüllen. Es ist aber nicht alles schlecht, was wir in den Quartalszahlen gesehen haben. Tesla leidet einfach auch in dieser Hinsicht ein bisschen wie Enphase von dem eher drückenden Zinsumfeld und hier in diesem Bereich ist man eben im Fahrzeugbereich ebenfalls davon abhängig. Die Zukunft weiterhin ist aber grundsätzlich eher positiv. Ich sehe auch jetzt im Moment wirklich auch weiterhin keine Konkurrenz, klar aus dem asiatischen Markt BYD unter dem ein oder anderen Unternehmen, sicherlich auch, aber jetzt von diesem Gesamtkonstrukt her glaube ich eher, dass die chinesischen Automobilunternehmen leider für uns Deutsche, vor allem für unsere deutschen Anbieter ein viel, viel größeres Problem darstellen könnten als jetzt für Tesla. Das jetzt mal soweit von mir zu Tesla und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Ciao. Vielen Dank.